Hallo und herzlich Willkommen hier auf TheBigGreek, eurem Kanal zur geflinkten Vermittlung von königlichem Wissen. Im folgenden Video zeige ich euch eine wirklich sehr sehr schöne Partie mit einem erstaunlichen Schlusszug, nachdem die Partie endet. Schnallt euch an, es geht los. Die Partie ist aus dem Jahr 1999 und da sind zwei super Großmeister am Start. Vishwanathananand, der Ex-Weltmeister, gegen Peter Swittler. Zu dem Zeitpunkt war er noch kein Weltmeister. Gespielt in Linares, Spanien. Anand beginnt mit D4. Springer F6, C4, G6, Springer C3, D5. Die grünfeldindische Verteidigung. Swittler gilt als der weltweit größte Experte. Spielt das seit Ewigkeit, seit seiner Jugend spielt er grünfeldindisch. Springer F3 geht es hier weiter, es gibt hier viele Möglichkeiten. Springer F3 entwickelt. Springer, Läufer G7. Und jetzt wird Anand das sogenannte russische System mit Dame B3, D schlicht C4, Dame schlicht C4, Ruhade und E4. Weiß hat bei diesem Aufbau ein schönes Zentrum mit E4, D4. Hat dafür allerdings die Dame sehr früh ins Spiel bringen müssen. Schwarz hat schon ruhiert, König in Sicherheit, Läufer Springer entwickelt. Also in der Entwicklung muss Weiß ein bisschen aufpassen, weil sein König steht noch in der Mitte. Ich habe hier auf diesem Kanal schon zwei Partien gezeigt mit dieser Variante und zwei Partien von Maxim Vashila Graf mit Schwarz, der auch der Nebenswittler auch einer der größten Experten von grünfeldindisch ist. Maxim Vashila Graf spielte hier häufig Springer C6 in dieser Stellung. Eine Partie, die ich analysiert habe, hier ist die Partie nach Läufer E3 zwischen Jan Nepomniachi und Vashila Graf aus dem Jahr 2019. Könnt ihr euch gerne mal anschauen. Sehr, sehr schöne Partie. Der Hauptzug nach E4 allerdings ist A6. Das wurde insbesondere in den 90ern extrem häufig gespielt. Die Idee ist mit B5 hier die Dame zu attackieren und Raum zu schaffen für die Figuren und mit dem Bauern nach vorne zu stoßen. Es geht hier weiter mit E5, Angriff im Zentrum, B5 gegen Angriff. Dame geht zurück nach B3. Springer ist angegriffen, geht zurück nach D7. Unterstützt hier den Vorstoß C5 mit dem Springer. Der Hauptzug hier ist sofort E6, aber Arnan spielte H4. Kann man auch spielen. Hier wurden so zwei, drei Züge sehr häufig gespielt. H4 ist einer davon. C5 Gegenstoß im Zentrum. Wir sehen auch, Weiß vernachlässigt so ein bisschen seine Entwicklung hier, aber auch Schwarz hat jetzt nicht so wahnsinnig viele Figuren im Spiel. Im Prinzip wurden Springer und Läufer und Weiß hat auch zwei Figuren im Spiel. Okay, H4, C5 und jetzt E6. Der Springer wird angegriffen. C4, die Dame wird angegriffen. Bester Zug. Die Dame geht zurück nach D1. Springer B6. Schwarz nimmt nicht den Bauern auf E6. Wenn er den Bauern auf E6 nimmt, das ist das, was Weiß wollte, dann kommt H5 und dann wird hier der schwarze König komplett aufgerissen, der Königshüge. Stattdessen Springer B6. Springer ins Spiel. Greift den Bauern an mit dem Läufer und jetzt müssen wir mit Weiß nehmen auf F7. Schach. Turmschlicht F7. H5. Natürlich, wenn man schon den H-Bauern vorstößt, direkt zu Beginn der Eröffnung, zu Beginn der Partie, dann muss man natürlich auch weitermachen und seinem Plan treu bleiben. Springer C6 attackiert hier den Bauern D4. Dreimal. Weiß nimmt aber erstmal auf G6 raus. H-G6, H-G6. Hat jetzt die H-Linie geöffnet für den Turm. Das ist immer schön, wenn der Turm auf der H-Linie noch steht, unruhiert und die H-Linie öffnet sich gegen die Kettostellung des Gegners. Jetzt müssen wir aber erstmal den Bauern D4 verteidigen mit Läufer E3. Jetzt entwickelt Schwarz den Läufer nach F5. Das ist ein guter Zug. Es geht hier weiter. Nicht mit Entwicklung. Nein, nein. Volle Kanne Angriff hier. Springer G5 attackiert den Turm FC. Und das ist eine kritische Stellung hier, bei der man im Nachhinein feststellte, dass der beste Zug hier Springer schlicht D4 lautet. Einfach die Qualität opfern auf F7. Springer schlicht F7. Greift die Dame an. Deswegen muss Schwarz erstmal hier den Springer nehmen. König schlicht F7. Und jetzt Turm C1. Verhindert Springer C2-Schach jetzt. Dame D7. Und hier hat Schwarz sehr, sehr schöne Kompensation für die Qualität. Weil er einen super Springer im Zentrum hat. Den wird er unterstützen mit E5. Der andere Turm kommt ins Zentrum. Und weiß hat jetzt in dieser Stellung gar nicht mehr so viel Angriff gegen den Schwarzen König. Hat einfach nur eine Qualität mehr. Aber der eigene König steht in der Mitte. Ist sehr schwierig zu spielen. Nun gut. Gehen wir zurück nach Springer G5. Switler spielte hier Turm F6. Er wollte den Turm nicht opfern. Es kommt ein logischer Zug. G4. Greift den Läufer an. Verdrängt ihn von der schönen Position. Der muss zurück. Läufer E6. Der Läufer soll nach D5. Springer C4. Greift wieder den Turm an. Jetzt kommt ein starker Zug. Läufer D5. Hier hat der Switler gut gerechnet. Das Problem für Weiß ist, er darf jetzt hier die Qualität nicht nehmen. Springer schlicht F6. Schach. Wegen E schlicht F6. Mit Angriff auf den Springer und Angriff auf den Turm. Der Springer müsste nach F3 zurück, wo er nicht so schön steht in der Fesselung. Auch hier wieder hat Weiß die Qualität geopfert. Aber Schwarz kriegt ein super Spiel. Springer A4 ist ein sehr starker Zug. Greift hier den B2 an. Den Weiß nur umständlich decken kann, weil die Dame muss den Springer weiter decken. Und Schwarz hat hier extrem aktives Spiel. Nach Läufer D5 spielte Arnand deswegen Dame D2. Er nahm nicht die Qualität. Dame D2. Und jetzt kommt hier wahrscheinlich der letzte kritische Moment oder der große kritische Moment in dieser Partie. Oder ein weiterer kritischer Moment. Am besten wäre jetzt Dame D7 gewesen. Einfach zu sagen, komm, nimm meinen Turm, hier nimm die Qualität. Wobei hier kann man die Qualität gar nicht nehmen, wegen E schlicht F6 mit Angriff auf den Springer und Angriff auf den Turm. Und das wäre Quatsch. Man müsste nach Dame D7 mit Läufer G2 fortsetzen und den Läufer entwickeln. Eventuell dann lange Rujar, wobei lange Rujar auch komisch aussieht. Aber der Turm auf A1, der muss ja auch mal ins Spiel vielleicht nach G1 oder so. Oder Türme verdoppeln auf der H-Linie. Auf jeden Fall spielte Zwittler nicht Dame D7 hier, sondern Turm D6. Er sah natürlich, warum hat er das gemacht? Ganz einfach. Also erstmal der Springer hier ist gefesselt. Also wenn Weiß auf D6 nimmt, dann hängt der H1. Er wollte unbedingt den Bauern D4 gewinnen. Er greift den ja im Prinzip mit vier Figuren an gleich, wenn dieser Läufer auf D5 verschwindet. Ja. Und das war die Idee von Zwittler. Aber das ist egal. Und hier ganz wichtig, Leute. Ganz wichtig, wie würdet ihr fortsetzen und wie würdet ihr euren Angriff hier mit Weiß fortsetzen am Königsflügel? Es gibt dazu einen richtig, richtig schönen Zug, den kann man sich als Motiv merken. Und zwar hier den Zug F3. F3 öffnet die zweite Reihe für die Dame und die soll nach H2, damit die nach H7 geht und den schwarzen König attackiert. F3 ist sehr schön, gefällt mir. Schwarz spielt Läufer schlicht E4, macht die D-Linie frei. F schlicht E4. Und hier bemerkt es Zwittler wahrscheinlich, dass es zu spät ist, um auf D4 zu schlagen. Und nahmlich auf D4. Er spielte Springer D7, damit der Springer nach F8 geht und dieses Feld H7 deckt. Gucken wir aber trotzdem mal kurz. Was passiert nach Springer schlicht D4, was ja im Prinzip die logische Folge ist nach Läufer schlicht E4. So, wir müssen aufpassen hier. Also Dame H2 gewinnt, ist aber kompliziert. Deutlich einfacher gewinnt und das zeigte damals auch anderen in seinen Analysen Läufer schlicht D4. Ich zeige euch eine schöne Variante. Turm schlicht D4, womit die Dame angegriffen wird. Dame F2. Droht Dame F7? Schachmatt. Deswegen Dame F8. Das ist der logische Abwehrzug. Und hier Dame H4. Droht wieder Matt auf H7. Dame F6. Und jetzt Läufer E2. Macht die F-Linie frei und hier gewinnt Weiß durch Dame H7. Schach und Turm F1. Sobald der König auf die F-Linie geht, gewinnen wir die Dame auf der F-Linie. Zurück zur Partie. Switler zog den Springer zurück nach D7. Jetzt kommt logisch Dame H2. Möchte nach H7 rein. Schwarz verhindert das mit Springer F8. Bringt den Springer zurück in die Verteidigung. E5. Stark. Greift den Turm an. Turm D7 zurück. Hier gewinnen verschiedene Züge. Sehr schön ist Springer E6, was Anand spielte, möchte den Springer von F8 ablenken. Was passiert, wenn Schwarz jetzt hier auf E6 nimmt, was Switler nicht tat? Was passiert hier? Das ist gar nicht so leicht, aber Anand hatte eine sehr schöne Variante parat und zwar Läufer schlicht C4, womit der Springer hier angegriffen wird. B schlicht C4. Dame H7. Schach. König F7. Und jetzt der wunderschöne Zug. Kurze Ruchade. Schach. Und Weiß gewinnt. Zum Beispiel König E8. Matte. Dame schlicht G6. Ist matt. Oder nach Ruchade. Gut, Schwarz könnte hier alles dazwischen stellen. Turm F4. Springer F4. Turm F4. König E6. Dame G6. Und so weiter. Hier fällt alles. Hier fallen die schwarzen Figuren wie reife Früchte. Also nach Springer E6. Switler sah, dass er nicht nehmen darf. Spielte Dame A5 Schach. Läufer D2 zurück. Wehrt der Schach ab. Springer schlicht E5. Switler sehr erfindungsreich. Springer schlicht E5. Mit der Idee Springer F3. Läufer E2. Weiß verhindert das einfach. Er nimmt gar nicht den Springer. Er verhindert das. Und möchte es. Die Dame ist ja angegriffen. Genau. Die Dame ist ja weiter angegriffen. Es ging hier weiter mit C3. Kleiner Trickzug im Prinzip. Hier gewinnt Läufer schlicht C3 und B schlicht C3. Arnand nahm den Läufer. Greift die Dame an. B4. Das war die Idee von Switler. Mit Tempo den Läufer nochmal attackieren. Arnand blieb cool. Nahm den Läufer auf G7. Springer schlicht G7. Dadurch jetzt Dame H8 Schach. Möglich im nächsten Zug. Es ging hier weiter mit B schlicht C3. Etwas zäher wäre gewesen. Springer F7. Womit die Springer hier. Springer sind übrigens sehr gute Verteidigungsfiguren. Die ganzen Felder hier decken. Aber Weiß gewinnt einfach indem man den Läufer zurückzieht nach D2. König schlicht G7. Läufer H6 Schach. König G8. Läufer F8. König F8. Und hier gewinnt kurze Ruchade. Sehr schön. Mit der Idee Dame H8 Matt. Und Läufer C4 ist auch in der Pipeline. Gewinnt. Stattdessen kam in der Partie hier nicht Springer F7 von Switler. Sondern B schlicht C3. Auch so ein bisschen mit der Idee C schlicht B2 Schach. Aber jetzt gewinnt Weiß sehr sehenswert. Mit Dame H8 Schach. König F7. Und jetzt dem Zug, den ich jetzt schon mehrmals gezeigt habe. Aber am Ende einiger Varianten. Und es kommt sehr selten vor, dass eine Partei mit einer Ruchade gewinnt. Und zwar spielt hier Weiß hier kurze Ruchade. Schach. Die ganze Zeit stand der König in der Mitte. Jetzt rochiert Arnand im 31. Zug. Und Switler gab auf. Wirklich sehr, sehr ungewöhnlich. Und ich habe auch ein bisschen recherchiert, welche Partien es gibt überhaupt, wo eine Seite mit einer kurzen Ruchade oder einer Ruchade generell als letzten Schlusszug gewonnen hat. Es gibt ganz wenige irgendwie. Und das war natürlich mit Arnand und Switler die beiden besten Spieler, die ich da gefunden habe. Vom Niveau her. Und völlig zu Recht. Der Springer deckt hier die Fluchtfelder. Schwarz kann im Prinzip nur Figuren dazwischen stellen. Springer F3. Turm schlägt F3 Schach. Er könnte noch die Dame dazwischen stellen. Aber dann kann man die Dame schlagen und man gewinnt halt. Wäre natürlich schön gewesen, mit Ruchade matt die Partie zu beenden. Aber war er nicht hier. Aber sehr, sehr schöne Partie von Arnand. Und natürlich ein wunderschöner Schlusszug. Kurze Ruchade 1-0. Auch geil. Habe ich auch so noch nie erlebt. In meinen eigenen Partien auch noch nie. Auch nicht gegen mich. Sehr, sehr schön. Ich hoffe, die Partie hat euch gefallen. Könnt ihr gerne ein Like hinterlassen. Und falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich freuen über ein Abo. Am besten mit einem Klick auf die Glocke. Dann werdet ihr mal sofort informiert, sobald ihr was erscheint. Und ihr könnt gerne auch mal einen Blick werfen auf meine andere Kanäle. The Big Rig Shorts und The Big Rig Gaming und Reactions. Würde ich mich freuen. Bis dann. Macht's gut.